Heimat, ein ganz, ganz großes Wort mit ganz vielen verschiedenen Übersetzungen. Was ist für Sie Heimat? Was ist für Euch Heimat? Auf jeden Fall allen Definitionen gemeint ist, Heimat braucht ein richtig gutes Fundament, damit man darauf Zukunft bauen kann. Nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und wir haben uns überlegt, was können wir unserem Land schenken. Hundert Ideen sind dabei rausgekommen, unsere Heimat Nordrhein-Westfalen zu entdecken. Es ist Witziges dabei, es ist viel mit Anspruch dabei und Heimat lebt natürlich auch vom Engagement aller Ehrenamtlichen in ganz vielen verschiedenen Facetten. Und deswegen haben wir diese 100 Ideen jetzt in eine Heimatbox gepackt. Das machen wir jetzt mal mit Schwung. Und diese Heimatbox bekommen alle Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie die Heimatbox auch gerne haben möchten, dann finden Sie gleich im Abspann den Ort, wo Sie sie bestellen können. Entdecken Sie die Heimat! Untertitelung des ZDF für funk, 2017